Wir spielen heute Dark Souls Plus, ein typisches Ratter-Liker-Game, doch ein bisschen untypisch. Äh, aah, der Dino ist süß. Ähm, ja. Oh Gott, Pixel, auf mein 65-Zoll-Fernseher doch etwas zu hart. Ja, wir spielen Dark Souls Plus. Ähnlich dem Namen Dark Souls kann man es schon erahnen. Man stirbt doch relativ häufig in dem Spiel. Ähm, ja. Ist aber doch eine leichte Platin, die man innerhalb einer Stunde schaffen kann, je nachdem, wie man sich anstellt. Äh, ja. Ich spiele hier den einfachen Modus, weil der ist, also für die Platin ist der Schwierigkeitsgrad nicht relevant. Man könnte hier, glaube ich, auch irgendwie... Nein, ich spiele das kleine Süße Küken. Genau, mit dem Charakter beginne ich einfach mal die wunderbare Story und mal schauen, was sonst jetzt hier so erwacht wird. Oh, lauter kleine Entensälen. Und sie brauchen meine Hilfe. Und sie brauchen meine Hilfe. Okay, kurz zusammengefasst. Ich bin der Letzte Quack Quack und, äh, ja, einfach der Letzte. Muss Eier finden, um nicht auszusterben und die Eier beschützen. Dabei habe ich eine Goldene Kirsche bekommen, die mich düsen lässt. Das ist das hier richtig cool, ja. Und das erste Level ist noch recht einfach. Man kann hier eine wunderbare oder wundersame Uhr einsammeln. Rechts oben ist dann der Timer. Wie lange werde ich brauchen, um alle 100 Level, so viele sind es nämlich, oder auch alle 100 Eier zu finden. Da ist auch schon das Erste. So, jetzt wird auch erklärt, man kann springen. Wunderbar. Man kann auch einfach so ein bisschen zu... Swipen oder düsen. Düsen haben sie das genannt mit der Kirsche. Ja, das ist ein Checkpoint. Falls ich sterben würde, dann würde ich da wieder... ähm, auftauchen und man kann natürlich auch an den Wänden hochklettern. Geht alles wunderbar. Alle fünf Level gibt's eine Gruppe hier. Ähm, waren es jetzt schon fünf? Okay, aber so in die Richtung auf jeden Fall funktioniert das Spiel und wird heute immer schwieriger. Am Anfang noch ganz leicht. Also ich bin noch keinmal gestorben und ja, jetzt geht's ja so richtig los. Also jetzt sehen wir auch, dass jetzt hier links ist auch am Anfang des Levels, gibt's auch immer ein, ein... Ah, Brace the Sun, also in Englisch natürlich ein bisschen. Erkennt man die Zitate und Sprichwörter aus Filmen, Spielen und ich würde sagen, ein paar Lieder sind auch dabei. Natürlich besser. Und ja, das werden jetzt natürlich dann wahrscheinlich 95 Schilder sein. Ich würde hier alle, ähm, mal, also... ...dann zeigen. Vielleicht, das bei manchen weiß ich selber nicht weiter, aber vielleicht könnt ihr mir dann sagen, woher das dann direkt stammt. Und ich würde sagen, ihr könnt auch mitzählen, wie oft ich sterbe. Ähm, am Ende wird's, das Levels wird's zwar immer angezeigt, aber der, der mir die richtige Anzahl dann am Schluss nennt, der kriegt dann einen Pussy von mir. Oder ich lass mir irgendwas einfallen, mal gucken, also damit euch nicht langweilig wird, weil es könnte noch etwas schwieriger werden. So, jetzt haben wir hier schon ein neues, äh, ein Springding, nenne ich das jetzt mal, zack, mit dem ich höhere Plattformen erreichen kann. So, das war noch einfach. Samir, der Kuchen ist eine Lüge, der Cake is alive, von Portal, würde ich mal meinen. Oh, und da bin ich auch schon gestorben, das erste Mal. Gibt leider keine Trophäe, wie sonst meistens so üblich ist, wenn man einmal steht. So, mein erster Tod, du Unachtsamkeit. So. Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Das ist ein M, ja. Da bin ich jetzt ganz ein bisschen verwirrt, weil ich das noch nicht weiß, woher das kommt, aber vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht hört sich das auf Englisch auch ganz anders an. Oder vielleicht ist es bloß, muss man um die Ecke denken, ich weiß es nicht. Oh, das war der typische Fehler, den man eigentlich nicht machen sollte. Da bin ich natürlich total drauf reingefallen hier. So. Kein Mensch gehört einem Menschen. Also man sieht schon, also jetzt, man stirbt doppelt öfter. Und da ist es schon die nächste Trophäe. Oh, Gott. Ich spiele jetzt einfach mal drauf los. Oh, habe ich den Ding mitgenommen hier? Das Leben ist seltsam. Das darf ich nicht vergessen, dass ich am Anfang jetzt hier immer die Schilder noch mitnehme. Jetzt muss ich mich fast schon konzentrieren. Gerne hat es so gut geklappt. Die Musik hat auch etwas Beruhigendes. Wird aber dann auch noch später mal anders. Aber das sehen wir dann. Ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Ah, den Fight Club. Ich glaube, habe ich den Film gesehen. Ich weiß gerade. Müsste man fast eigentlich mal. So alles. Wissenslücke, wenn man es vielleicht nicht gesehen hat. Ich weiß es nicht. Ich werde Kill töten. Ja, nur das wird vielleicht von Kill will. Ich bin mir nicht ganz nah. Sagt mir jetzt nichts, dieser Spruch. Oh. Wie gut, dass hier so viele Checkpoints sind. Mei, 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 mei. Ah. So. Tanzen im Regen. Tanzen im Regen. Erinnert mich an die farbehafte Welt der Armonie. Aber ist wahrscheinlich was anderes. Mag, mag. Also, mein Charakter ist schon sehr süß. Ich sage mal da oben, unten links. Zwei mal Nummer 9. Welch dann bei 18. Die Volljährigkeit. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Oder ist es irgendwie... Ist Nummer 9 eine bestimmte Pizza? Oder irgendwas zum Bestimmen? Das ist die Zukunft, was ich heute bestellen werde. Beim Lieferdienst. Zweimal die Nummer 9, bitte. Und dann mal gucken, was dann kommt. So. Das ist doch witzig. Jeder bestellt einfach mal zweimal die Nummer 9. Und dann je nachdem, was man sich dann für eine exotische Pizza geholt hat. Der hochgelobte Architekt Ted Moseby. Keine Ahnung. Hier haben wir jetzt schon einen Schalter. Das ist witzig. Diese, diese, diese Schalter sind auch tricky. Weil wenn ich jetzt den hier betätige, verschwindet zum Beispiel der Boden unter mir. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber... Oder hier muss ich auch schnell sein und ganz schnell links, bevor ich runter in die Stacheln falle. Ja. Nur glückliche Unfälle. So. Hier ist auch schon wieder den rechten Schalter betätigen, weil wenn ich jetzt links... Den betätigte... Ja. Wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, dann geht es doch relativ schneller. Obwohl ich jetzt ziemlich viel Lava und es ziemlich braucht... Nimm diesen gebrochenen Schlügel. Nimm den gebrochenen Schlügel. Wirklich ein Huhn? Oder ein Klavierinstrument? Oder es ist doch ein Schlüssel von Harry Potter, der fliegen konnte? Ich kenne... Weiß nicht. Oh nein, was da gemeint war. Ich bin immer noch bei den Gedanken, was die Pizza Nummer 9 ist. Oh mein Gott, wenn das jetzt eine Chicken-Pizza wäre. Ja, das wäre sehr makaber. Du bist mein Kino. Oh mein Gott, das Wort... Oh leck, ich koche Kino. Zum Beispiel. Es ist eine Veritzer Trap. Ja, das kennen wir, oder? Genau, jetzt ist ein Trap. So, es scheint wirklich noch sehr angenehm und leicht zu sein. Oh, da muss ich jetzt... Ja, jetzt sieht man schon, die Welt hat sich etwas geändert. Wir sind jetzt in einer goldenen Welt, die mich übrigens sehr an Bills of Persia erinnert. Das allererste auf dem NES. Da gibt es ja auch irgendwann in meinem Palast, das wird alles golden. Also nicht mehr der blau-schwarze Kerke. Das Leben ist zu verdammt kurz. Ja, das stimmt allerdings. Auf jeden Fall zu verdammt kurz, um eine Ausgangssperre, beziehungsweise Quarantäne mitzuerleben. Hey. Oh, Moment. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen... Genau. ...auf den Beat verlassen. Es gibt keinen Ort wie zu Hause. Ja, das... Ausgangssperre-Thema, was wir schon hatten. Sehr schön. Oh, da muss ich noch mal kurz hochspringen, damit mich die Tudeln nicht treffen. So, Helden sterben nie. Ah, okay. So. Und lauf, Entchen, lauf. Aber nicht ins Verwerben. Ei, 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 ei. Coole. Konzentrieren. Okay, schafft. Wo bin ich? Immer zu finden, wo man ist, das ist am Anfang echt hart. Mann schoss zuerst. Hahn? Hahn schoss zuerst? Ach. Hahn. Kann so los? Und die Musik hier erinnert mich ein bisschen so an Final Fantasy. Äh, mit, äh, das, ähm, Titelmelden meistens. Oder wenn das, oder? War das Final Fantasy? War das Final Fantasy? Nee, also irgendwas für Square Index auf jeden Fall. Ich kann Kung Fu, das ist cool. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob das wirklich, äh, äh, War das Karate-Krit oder? Ich bin mir nicht so glücklich. Aber man sieht auch, wenn ich einmal geswiped bin hier so, dann werde ich, äh, so braun. Hat man das gerade gesehen? Und jetzt bin ich wieder ganz unten, weil ich das nicht so glücklich gemacht habe. Aber ich wollte es euch zeigen. Und wenn man dann, äh, wenn das Kripp noch braun ist, ist dann dadurch dieses goldene Kirschding verbraucht. Und man muss einfach wieder Boden fassen, damit man nochmal so düsen kann. So. Okay. So, jetzt kommen Plattformen, die sich bewegen. Es wird ja immer schreckreicher. Ups. So, dann hätte ich fast vergessen, zu springen. Oh, habe ich jetzt eigentlich da das Bindeschild gelesen? Entschuldigung. Ich bin stolz auf dich. Oh, ein Lob ist natürlich super. Irgendwann kommt ein Schild. Da müssen wir jetzt nur aufpassen. Das muss ich gleich am Anfang lesen, weil man fällt irgendwie runter. Oh, fuck. Entschuldigung. Ich fluche so gern. Oh. Oh. Ähm. Man kann das Schild dann nicht lesen, wenn man gleich runterfällt. Alles Gute zum Geburtstag, Anna. Das ist süß, weil ich wusste eigentlich, also keine Ahnung, wer Anna ist. Aber in den Credits, verrate ich schon mal, wird der Name genannt. Ich weiß nicht, ob es sich um sie handelt. Müssen wir da mal gucken. Also jetzt wird es tricky. Oh nein. Na, wie oft bin ich schon gestorben? Habt ihr mitgezahlt? Oh nein. Ah, möge die Macht mit dir sein. Das kennt man aus. Star Wars. Ja, der fünfte, vierte ist... Oh nein. Oh. Der Star Wars Day ist nicht weit weg. Also made of force. Wow, das ist ja gigantisch, dass ich da wieder mal zufällig geschafft habe, was gar nichts gebracht hat. So. Ah. Ach komm schon. Aber manchmal wird man auch ungeduldig. Ich hatte ja auch die Idee, eventuell könnte man ja immer einen Schluck Bier oder so trinken, wenn man stirbt. Dann dachte ich mir, war jetzt zum Beispiel an solchen Stellen wie hier lieber doch nicht. Jetzt hab ich's geschafft. Ah, Fusro da. Die Skyrim-Spieler unter euch werden das gleich erkennen. Der aus... Der praktisch immer das schreit, dann... Da gibt's auch das tolle Video, wo der... wo der eine Typ, ähm... in den... in seinem... in den Palast alles mögliche sammelt und... und damit... also genau, im Foyer dann den Schrei loslässt und dann alle Objekte durch das Schloss fliegen, weil... Ja. Nee, ich fand's witzig. So, es ist schwer zurückzuschauen. Es ist schwer zurückzuschauen. Boah, kein Plan, wo das herkommt. Oh nein. Müsst ihr mir... Oh, echt was überlegen, wenn ihr mitzahlt. Vor allem hier, das ist so eine tricky Stelle. Oh nein. Oh doch, doch, doch. Verdammt. Na, das sagt ja nichts mehr. Ich auch nicht. Take me home, Country roads. Ja, jetzt sind wir wieder beim, beim, beim... beim Kietern. Oh, cool. Also irgendeine Dings-Bang, oder? Wer hat das gesagt? Egal. Tun oder nicht tun, es gibt keinen Versuch. Irgendwas sagt mir, dass sich das auf Englisch eventuell besser anhört, aber ich komm gerade nicht. die Hermes House Band. Jetzt, ja, die Hermes House Band hat, äh, Country roads doch nach wie so. So. Oh, das war dumm. Andersrum. So ist es leicht. Entschuldigung. Tut mir leid. Nein. Und allerdings nochmal niesen, glaube ich, Moment. Hör mit deinem Herzen. Oh, wo kommt das nochmal vor? Wahrscheinlich ganz oft in irgendwelchen Filmen, aber irgendwas bestimmt das. Hör mit deinem Herzen. Disney? Nee, Disney. Das war schon cool, dass ich mir jetzt gleich die Nase putzen muss, was mich meistens so nachgewiesen ist. Ist aber auch, ja, weil ich heute wirklich ohne Socken und nur im Boxen schon da. Sonst wie immer heute eigentlich, ne, aber kann ja trotzdem sein, dass man deswegen etwas auch dem heißen, der heißen Dusche gerade verschuldet. Triff mich auf halbem Weg. Hört sich an wie eine böse Matheaufgabe. Ein Zug fährt mit 80 Kilometer pro Stunde dahin und auf halbem Weg trifft er einen aus München kommenden, ähm, oh, das war gut. 60 Kilometer pro Stunde fahren in der ECE, was auch immer. Ich träumte, ich wäre ein Schmetterling. Ah, okay. Das erinnert mich sehr an Ronald Weasley, der doch nicht die Spinnen verfolgen wollte, nämlich, sondern er, ich weiß genau, warum denn immer Spinnen können es denn nicht mal Schmetterlinge sein? Ja. immer diese kleinen Flüchtigkeitsfehler, das ist so. Dana heißt Familie, okay. War das richtig ausgesprochen? Ach ja, das ist jetzt übrigens, wir haben jetzt daneben goldenen Kirschen, also wir haben jetzt noch die rote Kirsche, die uns einen weiteren Sausenschritt ermöglicht. Na los doch, make my day. Ja. Oh, das war dumm. Du verdienst Liebe. Ach, das sind teilweise echt nette Botschaften, die hier gegeben werden, aber ich einfach nicht weiß, woher das jetzt wirklich kommt. Ach, schnell. Wo sind wir denn schon? Und sehe ich da, ach, Level 38. Ja, könnte schon so ein Stundenprojekt jetzt werden. Das ist ein leckerer Burger. Ist das vielleicht die Nummer 9, wenn man, oder zweimal die Nummer 9 bestellt? das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, hier habe ich schon öfter immer Probleme. Husten. Houston, wir haben ein Problem. Okay. Den doch kennt man. Doch. Auch. Denken und spielen. Denken und spielen. Ich habe es heute leider mit Husten. Doch, Corona-Zeiten ist das ein bisschen angeschlagen. Also mit den Witzern. Zitate. Wir sind in der Schneewelt. Ah, toll. Heute hat es auch ein wenig geschnallt bei uns. Eis. Eis, baby. Und sterngesteuerte Lenkraketen und es geht wild her. Wie gesagt, das erste Eis geschafft. Oh, ja, wir sind wirklich in Welt 42. Die Antwort aller Fragen, dass bald ist auch wieder Mai. Oh nein. Dann haben wir wieder den Welt-Handtuch-Tag. 24. 25. Ich bin mir jetzt echt gerade nicht mehr sicher. Was aber mit dem 24. ziemlich cool wäre, weil das die Zahl 42 rückwärts wäre. Die Lenkraketen sind echt schwierig. So, ihr seid keine... Ah, nee, meine letzte Hoffnung. Oh, ich bin gestorben. Super. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ist auch in Star Wars, ne? Ach, komm. Wo Leia doch zum Erzmodell-Psycho spricht und... Also die Nachricht im Obi-Wan, oder? Ihr seid meine letzte Hoffnung. So hätte ich es interpretiert. Wir denken zu viel. Ja. Öfters mal. Deswegen trinke ich abends gerne mal ein Bier, um besser einschlafen zu können. Habe ich mir jetzt als Alkoholiker geboten? Tatsächlich, äh... In letzter Zeit nicht mehr so oft. Keine Ahnung, was passiert. Oh! Mist. Sollte ich mal wieder tun. Und fühlen zu wenig. Ah, wir denken zu viel und fühlen zu wenig. Das gehört zusammen. Und... Wo kommt denn der Spruch her? Oh, diese, diese, diese Dinger, die gehen jetzt, äh... Ich habe einen Spruch nicht... Entschuldigung. Ich muss einen Hör sehen. Singen im Regen. Ah. Ach, Singing in the Rain. Okay. Genau, diese... Oh! Nein! Ähm... Roten... Blöcke verschwinden, äh... Wenn man sie einmal angelangt hat. Egal, auch von welcher Seite auch. Also nicht, muss nicht unbedingt draufstehen, sondern kann auch von der Seite sein. Wer ist... Kiesersoze... Kä-Kiesersoze. Kiesersoze? Kenn ich nicht. Oh Gott, muss man da... Muss man den kennen? Entweder blamier ich mich jetzt mega oder... Also ich, ich komme nicht drauf. Das ist auch gemein, wenn man da oben Zeit hat und dann sind ja diese Raketen, wir... Oh! Einer so verfolgen. Oh! Verdammt! Vielleicht drückwärts Soheleib... Ne. Sagt mir auch nichts. Mist. Ja, man jährt nie aus. Also wenn ihr es wisst, ich würde es gerne rausfinden wollen. Ich warne dich doppelt. Ich warne dich doppelt. Das ist nett, aber... Weiß. Na. Weiß nicht. Dr. Freeman. Oh nein. War immer zu früh. Nein. Das war... Richtig... ...getimt. Und das war nicht gut getimt. So. Hero... 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 Herobrine entfernen. Hero Brine entfernen. Hero Brine entfernen? Entweder stehe ich jetzt mega auf dem Schlauch oder ich kenne das alles wirklich nicht. Die haben es ganz schön in sich, diese... ...Rifles. Oder müssen oder... Oh Gott, wenn ich mich auch in Waffenfeffner auskennen würde. Waffe doch lieber nicht. Ähm... Irgendwie, irgendwo, irgendwann, liebe Nena. Oder auch Jan Delay, der hat es nochmal nachgesungen. Oder bestimmt auch ganz viele andere. War das auch noch nicht mal mit Kim Wilde oder so, wo die das dann gesungen haben? Wo sie dann auf Englisch... Oh nein. Mist. Da hat es doch so gut angefangen. Das war gut. So. Oh ja. Oh ja, schon jetzt. Oh, Mist. Ja, da gibt es auch ein Lied. Aber vielleicht gibt es auch einen Film. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist schon bitter. Die Freundin hat dann also mal zugeschaut, wie ich das das erste Mal gespielt habe. Und meinte dann, dass das Eiersammeln wohl nicht so effektiv ist, weil ich öfter sterbe, als ich dann zum Schluss Eier habe. Und das so wohl nichts bringt. Aber gut. Wow, das war knapp und das war dumm. Sei die Veränderung, die du sehen willst. Die ich sehen will? Die ich sah... Oder... Dann würde er es sein. Oder will ich sie sehen? Na gut. Oh, wie gemein. Das Entchen wird es gar nicht erst probiert. Und das ist oh verdammt. Das dann lieber gleich. Oh, ich muss die gar nicht betätigen. Ich habe die bisher immer betätigt, aber das muss ich eigentlich gar nicht tun. Du siehst gut heute aus. Oh, ein gutes Loch. Ein sehr schönes... Oh, jetzt habe ich glaube ich verpasst. Im besten Moment. Hier das zu... Nee, das geht noch nicht. So, jetzt aber schnell hier. Ah. Juhu. Quack, quack. Wir kriegen hier neue Blöcke. Eisblöcke, die man nur zerschmettern kann. Nett. Oh nein. Oh nein. Ich konnte jetzt nicht mehr. Ich habe meinen Versuch schon aufgebraucht. So weit. Kein Regen, keine Blumen. Oh. Voll Philosophisch. Oh nein. Ich finde es mit Regen geht umschöner. Wobei Blumen auch was tolles sind. Nein. Boah, wie kommt denn die jetzt da von da oben herunter? Oh. Oh. B, T, 72, 74. Oder 8T. Ich bin mir nicht sicher. Nee, wahrscheinlich auch ein B. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Falls ich übrigens mal eins vergessen sollte. Das tut mir echt leid. Das habe ich noch nicht. Every press you take. Das kann man eigentlich nur, wenn man das schon hieß, nur sehen, oder? Das ist doch... Wie ist denn das? Wie ist denn das? Cheers, love. Oh, cheers. Oh, jetzt wird es so tricky. Dann links, weil er dann... Ach, verdammt. Weil dann diese Lenklakete mitten drin auf einen zukommt. Das ist mir voll gemein. Ah, aber ich habe es dann doch gut gemeistert. Bin gar selbst von mir... Oh nein, positiv überraschend. Und jetzt wird es duster. Wir sind in einer Höhle angelangt. Bei... Oh, gut, 30 Minuten haben wir schon. Und das ist... Level 61. Oh. Und dann habe ich die erste Falle ausgelöst. Dieser Ball, der auf mich zukommt, sobald ich da... Tschüss. In seine Sichtbahn, Sichtfeld gerate. Die Musik erinnert mich auch ein bisschen an die Kinder des Monsieur Mathieu. Vielleicht kennt ihr das Lied. Ähm. Pfeil im Knie. Das hört sich nach einem schlechten Pen and Paper. Du hast einen kritischen Patzer. Dein eigener Pfeil flog ins Knie. Wenigstens nicht in den großen Zielen. So, und jetzt hört sich nach der Mondschein-Sonate an. Also, ach, was ich alles aus den Liedern raushöre. Mensch, Mist. Meine... Wenn das schon nicht funktioniert, was ich hier so denke, wie es sein könnte. Wie es gehen könnte. Lass jeden Tag zählen. Ich zähle auch die Tage, bis ich, äh, wieder mich draußen frei bewegen kann. Wir Feste feiern. Und wir uns... Nein, ich will lieber nicht weiter. Aber Orgien sollen schon gefeiert werden. Sobald wir wieder rauskuchen, auch. Celeste! Ist fantastisch. Mal gucken, wer, wer die ist. Ich kenne nicht, glaube ich. Also ich kenne keine Celeste. Das war dumm. Oh, ich will die, die, die Kugeln schon auslösen, damit ich das nicht so, weil dann... So schaffe ich es meistens nicht, aber ja gut. Ich probiere jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Oh, hier geht mein Celeste in die Höhe. Oh, Julia überlegt dir eine Strategie. Wie mache ich das hier? Oh, okay. So geht's. Mach eine Fassrolle. Ich würde mal sagen, auf Englisch, Dual Barrel Roll, hört sich besser an mit, ähm, von, von Starfox, N64, sagt, oh nein, sofort drauf reingefallen auf die Falle, weißt. Ähm, sagt Peppi doch am Anfang, aber, dass ich mich dadurch, äh, von heranstützenden Flugopänen-Gegnern schützen kann. Das wäre hier auch gut, wenn ich sowas könnte, aber, oh. Ich wollte jetzt halt die Schulte-Tasten ausprobieren, aber damit, oh nein, kann ich auch nur, ähm, sausen. So, jetzt kommen die Portale. Jetzt müssen wir aufpassen, weil es kommt gleich ein Schult, was ich gleich verpassen kann. Ähm, noch am Leben. Ja, gerade noch so. Wo bin ich? Oh, da. Okay. Das Gestern ist Geschichte. Wie philosophisch. Oder nicht? Eher geschichtlich? Historisch? So, da, da muss man jetzt den wichtigen Zeitpunkt abwarten, den ich oftmals nicht... Ah, doch, jetzt ist es geklappt. Perfekt. Und hier nicht drauf reinfallen, weil ich hier öfters mal ins blaue Licht fliege, so wie, äh, Motten oder Insekten. Einfach drüber und ins Ei, weil sonst hat man verloren. Das Morgen, nur Gerüchte, dass... Oh, war das von zum Satz zuvorher? Ich hab'n vergessen. Das Morgen, nur Gerüchte. Entweder gibt's keinen Sinn, oder ich hab'n Sinn vom vorherigen Satz noch nicht so ganz erkannt. Nein. Ach komm, dann fliege ich da vorbei. Jetzt hat... Oh nein, Moment, ich möchte... Oh, ich möchte den Satz lesen. Doch, das heute ist die... Gegenwart! Ach, okay, das gehört dazu, vorher den Satz, den ich jetzt auch schon wieder nicht mehr in den Schwiss habe. Oh. So. Dieser ganze Stress... Wird mal in Ruhe ein Schild lesen und wird dann erst mal gleich, äh, so, auf den Tod geüft. Oh nein! Nein! Vor allem, ich hab' die Fahne zum Schluss nicht mitgenommen. Das wird... So. Hier ist Checky! Wer ist Checky? Es gibt momentan halt Chelsea bei Germany's Next Top-Modler. Da, das wär... Ne, das wär' nichts. Carpe diem. Nutze... Den Tag. Oder wir... Oh! Dieser! In der Höhle hier könnte man auch denken, nutze die Nacht, also Carpe Noctem. So, und hier machen wir was Kluges, wir gehen einfach in der Mitte durch. Es ist... Es besteht Regenwahrscheinlichkeit. Wäre, sieht das in Englisch schon vielleicht auch besser an? Was? Level 73, okay. Breath of the Wild. Hier sind wir bei einem Legend of Zelda-Titler. Entschuldigung, mein Auge jubbt. Immer in Bewegung bleiben. Oh, verdammt. Hier ist es wohl doch besser, einfach nur still zu stehen. Und es reilt mir. Komm hier rüber. Komm doch mal rüber. Nein, nein, das ist nicht so... Ich hin bitte, nein, ich hin bitte. Pjuu. Namaste. Boah, jetzt hätte der Laser einfach nur darauf gewartet. Ähm, ich... Hier so... Natürlich, was soll er denn auch sonst machen? Also... Juhu hier. Oh, schnell runter. Bäm. Bro... Ne, ich kann es nicht aussprechen. Prost, Takja. Prost. Oh. Ich habe vorhin noch nichts getrunken, gell? Ich habe extra für das Spiel... Wir haben mir meine Bierrunde für später aufgehoben. Mist. Weil sonst würde ich öfter sterben. Das ist eh schon sehr... Äh, zuzuschauen. Äh, ja, ich glaube, das... Ich weiß nicht, wie viele hundert Male es schon sind, wo ich gestorben bin. Ich schätze mal, wir sind aber noch unter 300. Hoffe ich. Ja doch, locker. Nein, hier ist Patrick. Nein, hier ist Patrick. Du, 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 du. Der Klassiker auf jedem Festival. Gut, Falle. Ähm. Von Sponsport, natürlich. So. Alohomora. Hier sind wir bei Harry Potter. Ein Zauberstuch, der sämtliche Schlösser... Ach, nein. Öffnet. Meine Sterbedate... Ähm... Erhindert mich ein wenig an meinem Erzählgeschick. Oh. Komm, aber manchmal stelle ich mich aber auch ein bisschen doof an, ne? Aber ich will die Platin. Ich will sie haben. Interessantes übrigens, äh, auf der koreanischen Version habe ich das schon durchgespielt. Aber die Trophäen sind noch nicht freigeschalten. Das heißt, ich muss warten, bis das offiziell, offiziell hier raus ist praktisch. Und ich dann... Ja, also ich habe schon mal vorgespielt und bekomme sie dann, sobald die Trophäen freigeschalten haben. Oh. Oh. So. Puh. Doch, ein anstrengenderes Level. So. Anorak, der Allwissende. Kenn ich nicht. Ich habe ein paar Jacken, aber kein... Also vielleicht, weil der Anorak so alt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber... Also was genau der bedeutet und woher das kommt, weiß ich nicht. So, jetzt muss man schnell sein. Bam. Ha. Erste Rakete ausgedrückt. So, jetzt noch richtig landen und... Ja. Oh ja. Oh ja. Nur weil ich das Schild lesen will. Sei dankbar. Und dann wird man gleich wieder getötet. Das ist das arme... Oh. Das arme Hühnchen geht gleich. Oh, das war knapp. Auf die Probe gestellt. Nein. Ich habe extra gesprungen, weil ich die Falle unten gesehen habe, aber... Und ein Nix. Das nächste Level. Oh, ich habe übrigens was verpasst. Das muss ich nachher noch nachholen. Ich habe ein Easter Egg verpasst. Das muss ich euch nachher noch zeigen. Das war ein Level 75. Aber das machen wir einfach nachher. Pink Man. Das sagt mir jetzt auch nichts. Pink Man jetzt. Pink Man. Das ist übrigens gefährlich. Hier wird der Bozolaba, sobald man ihn berührt. Deswegen am Anfang am besten vielleicht nicht draufklatschen, damit man beim Rückweg dann doch noch... Ich hoffe, es ist nur leicht berührt, ne? Trotzdem zählt es schon als... Ja. Ich komme wieder. Das ist pink. Habe ich einen Panther? Schätze ich mal. Oh Mist. Du kannst nicht vorbei. Das ist von... Äh... Ja, der Ringe. Ich halte sie natürlich auf Englisch auch noch besser an. Oh nein. Führt die Order 66. Was war das? Ist das ein Insider? 66. Oh, das war jetzt doof. Da komme ich nicht mehr zu dünn. Das ist gut. Moment. Das ist auch schon gefährlich. Aber könnte ich noch schaffen. Jetzt aber, Julia, wenn du es jetzt nicht schaffst, kann ich mehr. Ich bin auch nicht mehr zu viel. Und das war's. Ich bin auch nicht ganz sicher, wo das jetzt nicht mehr kommt. Ach gut, was haben wir hier? Sie werden ein größeres Boot brauchen. Das sagt mir auch nichts. Das größte Boot, das ich kenne, ist die Arche Noah. Vielleicht auch Titanic. Ich dachte, wir haben eher mehr Rettungsboot. Don't stop me now. Don't stop me. Das ist ein Lied. Ah nee, es hat so gut geklappt. So. Bonzerkitten. Bonzerkitten? Okay. Das ist alles wirklich nichts. Ich kann Bonzen, aber jetzt kriege ich da leider ein Bonzerkitten. Immer mache ich den gleichen Fehler. Das ist so schlimm. Ich muss nämlich nach oben... Ja. So wie jetzt muss ich es tun. Hm. Und geschafft. Easter Egg in 75. Ja, das war das, was ich vorher gesagt habe, was ich jetzt irgendwie verpasst habe. Ähm, es gibt glücklich hier eine Easter Egg im Level 75. Geduld, Jule. Dann weiß ich, wie fertig werden, aber... So bringt's ja nichts. Speedruns wären übrigens nichts für mich, weil ich dafür ja zu ungeduldig werde. Vor allem dann immer... Ich hätte's geschafft! Vor allem, weil ich ja dann immer... ...so Fehler mache und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Schönheit liegt in allen Hauttönen. Wie kommt mir das vor? Wie kommt mir das vor? Nein! Nein! Ja, jetzt wird's tricky. Morgen ist ein neuer Tag. Das ist jetzt die letzte... ähm... Ja genau, das letzte... Die letzten 10. Level! Yeah! Ja! Sobald man das hier berührt, äh... ...hätrugieren diese kleinen Mini... äh... Minen... ...bomben hier runter. Sag noch einmal was! Das hört sich böse an. Sag noch einmal was und dann stirbst du das. Run, boy, run! Lauf, Forest, lauf! Komm. Ins Verderbe! Nimm's nicht persönlich! Was genau? Darf ich nicht persönlich nehmen? Krieg bleibt immer gleich. Jetzt muss ich die hier so ein bisschen... ...vorbelasten. Damit ich an die oberen... ...unbeschadet dann... ...ran komme. Perfekt. Tchuuu! Yeah! Nee, das ist das Let's Serbic, da wo wirklich dann diese Ente, ähm... ...hinterherschwebt. Aber ich hab nicht gelesen, was auf dem Schild steht. Das wollt ihr so machen? I don't want to be a loser! Oh! Heißt das eine Level schon mal nicht da, wo ich... ...wo ich nach unten fange? Nee, das war noch nicht da, gell? Da muss ich jetzt nochmal aufpassen. Oh! Nein! Ich bin in so Art nicht runtergekommen. Ich muss noch eine kleine extra Runde drehen. Zack! Toasty! Okay! Ach je! Jede einzelne Falle ist ein... ein totes... äh... Stoß für mich! Spring! Spring! So! Bam! Nein! Nein! Oh! Hier gibt's kein... kein... ähm... ...yes! Backboard! Das spreche ich ganz sicher falsch aus, aber... vielleicht von einem anderen... ...und dann... Oh, ich hab das Schild vergessen! Oh, ich hab ein Schild vergessen! Hast es geschafft! Oh, nett! Ich doch, also ich hab, glaube ich, wirklich ein Schild vergessen, oder muss ich mich entschuldigen... ... bei euch, weil das ist das... ... das schildend immer... ... wenn man am Ende dann hat... Ja, weil jetzt hat man es geschafft! Oh! Wir sind am Ende angekommen... Ich habe die Eier alle gefunden. Jetzt wird unsere Spezies-Gitter ein. Oh, süß. Da ist noch ein Schild. Danke. So, jetzt haben wir das Spiel praktisch geschafft. Und jetzt kommt noch etwas absolut herzzerreißendes. Das ist so wunderschön. Ein Fremder hat mir einen Brief hinterlassen. Es ist wichtig, sehr wichtig. Und da müsst ihr es selber durchlesen. Es ist einfach, ich fände es toll. Danke für diesen lieben Brief. ainda soll das. Jetzt kommt drauf zu eisen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch. Und dann kommt den Tipp. Das ist einfach. Und jetzt schon mal. Dann kommt den Tipp. Matthias, ich muss sagen, du bist schon ein großer Indie-Game-Developer. Das ist so jetzt reißen, das rief so schön. Gerne Lehrspiele von dieser Sortie, sehr gerne. Also dir echt was Schönes einfallen lassen. Ja, also das ist eine der besten Schlussszenen, die ich bisher gespielt habe. Uns fehlt aber noch eine Trophäe, die ich jetzt schnell noch hole. Genau, und dafür... Boah, ich kann hier verschiedene Charaktere noch machen. Wir machen hier einen Ninja-Küken oder einen Zylinder-Küken. Achso, das habe ich damit freigeschalten, indem ich ja die ganzen Level da... Oh, mit Corona. Kann ich wohl jetzt weiterspielen? Oh, da... Ja, wir müssen nochmal zurück in Level 75. Denn hier habe ich das Easter Egg noch. Was ich euch zeigen möchte, und zwar ist es hier rechts. Yeah, da kommt das coole Küken! Zum Dinosaurier und zur... Das ist der Latter-Liker. Gut, Katze, wir haben mal hier. Und beides hier. Ja, und somit ist die Platin geschafft, liebe Leute. Ich hoffe... Oh Gott, jetzt hat euch Spaß gemacht. Schon bin ich wieder voll im Spiel geschehen drin und gestorben. Ja. Das war das Spiel. Ich hoffe, von dem Entwickler kommen nochmal so geile Spiele. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch Quality-Spielzeit tatsächlich. Also knapp eine Stunde. Also über eine Stunde beim ersten Durchspielen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zuschauen. Und wir sehen uns natürlich dann das nächste Mal. Schreibt was in die Kommentare, was euch gefallen hat oder nicht. Weil wie auch immer ihr kennt das. Äh, ja. Bis dann!